Die Preise steigen und steigen. Für die Unterkunft, für die Strandbäder und die Gastronomie. Im Schnitt gibt jeder Österreicher 124 Euro pro Tag in Italien aus. Doch dieser Betrag könnte in vielen Badeorten, am Meer und an Seen nicht mehr ausreichen. Das Forschungszentrum Centro Studi Convaloro beklagt in seinem jüngsten Bericht, dass die Unterbringungskosten gegenüber dem Vorjahr um bis zu 23% höher sind als 2023. Die Übernachtungspreise variieren je nach Region erheblich. Eine Analyse des Konsumentenschutzverbands Assodenti zeigt, dass in der Woche vom 12. bis 18. August der teuersten der Saison die niedrigsten Kosten für ein Hotel in einem Badeort immer noch 19,6% höher sind als im Jahr 2023. Für eine Familie mit zwei Kindern reichen die Kosten beispielsweise von mindestens 872 Euro, für den Aufenthalt in Bibione bis zu maximal 3.500 Euro, für Porto Servo auf Sardinien, einem der exklusivsten Reiseziele im Sommer. Auch bei den Transportkosten gibt es einen starken Anstieg, vor allem bei den Preisen der Fähren für die Inseln. Der durchschnittliche Preisanstieg beträgt 6,3% im Vergleich zum Vorjahr. Die einzige Ausnahme ist die Strecke von Civitavecchia bei Rom nach Olbia auf Sardinien, auf der die Preise um 7,4% gesunken sind, wie die Assodenti-Studie ergab. Auch die üblichen Freizeitaktivitäten wie Musestunden am Strand sind von der Teuerung betroffen. Laut der Studie sind die Stranddienste gegenüber dem Vorjahr um 11% teurer geworden. Ein Liegestuhl und ein Sonnenschirm können, je nach Niveau der Badeanstalt und der Urlaubsortschaft, von 20 bis 80 Euro pro Tag kosten. Sportfans müssen für ihr Vergnügen ebenfalls mehr als sonst zahlen. Wer Yoga und Pilates am Strand machen möchte, muss mit einem Preisanstieg von bis zu 25% rechnen. Yoga- und Pilateskurse kosten jetzt 15 statt 12 Euro. Auch die Gastronomie trägt zur Belastung des Geldbeutels der Urlauber bei. In Rom sei jede Gelateria dank einer endlosen Variante von Eissorten zu einem exklusiven Lokal aufgestiegen, beklagten Konsumentenschutzverbände. Das Resultat? Ein kleines Eis in einem Eiskaffee mit Blick auf den Trevi-Brunnen ist nicht unter 5 Euro zu bekommen. Auch ein Besuch in einer Pizzeria ist längst nicht mehr so günstig wie früher. Lediglich in weniger touristischen Ortschaften bekommt man eine Pizza Margherita unter 10 Euro. Während Mautgebühren und Benzinpreise gegenüber dem Sommer 2023 stabil geblieben sind, beklagten Konsumentenschutzverbände zunehmend Preise in den Autobahnraststätten. Für ein Sandwich muss man bis zu 8 Euro bezahlen. Das sind 70% mehr als in einer normalen italienischen Bar. Aber auch ein Cappuccino kostet dort um 12 bzw. 26% mehr. Er gab eine Untersuchung des Konsumentenschutzverbands Altro Consumo.